Ich gehe ins Gym und kriege einen fetten Pommes. Chiara? Ja? Was machen wir? Gymlife, oder? Gymlife machen wir. Und was für ein Training? Beintraining. Wie lange trainierst du schon? Im Januar sind es dann zwei Jahre. Wie oft trainierst du in der Woche? Bevor ich arbeiten gegangen bin, vier bis fünfmal, jetzt nur noch dreimal die Woche. Und was für ein Training machst du dann? Da ich kein Oberkörper trainier, wechsle ich immer zwischen Cardio und Beine. Was trainierst du dann? Quads, meinen Hintern, die Hamstrings. Ich mache Hip-Trust, das habe ich in jedem Training dabei. Dann Bulgarian Split Swords, rumänisches Kreuzheben, Beinstrecker, Beinbeuger, ja sowas. Wie viele Sätze machst du bei jeder Übung? Nicht bei jeder gleich, aber ich gucke, dass ich bei drei bis vier und wiederhole, um ein bisschen Muskelversagen. Wenn du Hip-Trust machst, was ist so dein Favorit? Früher eher Freihantel, aber seit ich hier das Gerät entdeckt habe, bin ich eigentlich schon noch am Gerät, weil dann kann ich mich halt mehr auf die Übung, also an die Ausführung konzentrieren und nicht das Gleichgewicht deswegen. Dann gucke ich, dass ich halt eher Bauch, Beine, Po, einen dicken Po und schön definierte Beine und einen flachen Bauch. Okay, dann zeig uns mal, wie du das machst. Ich bin mal gespannt. Ich danke dir, dass du mitmahlst. Gerne. Ich kann noch mehr. Ich war schon zwei Stunden hin oder mehr? Ich kann noch mehr. Ich kann noch mehr. Ich war schon zwei Stunden hin oder mehr? Bis zum nächsten Mal.